Bevor Folge 80 beginnt noch eine kleine Info am Rand, deswegen seht ihr im Hintergrund nur so ein Standbewerb, weil ich das noch nachher quasi mit einfüge, weil mir nur was eingefallen ist, was ich vergessen habe zu sagen. Mich würde es wirklich verdammt freuen, wenn ihr die Livestream-Highlights wirklich ganz schaut, die Viertelstunde, die war wirklich richtig geil, ihr seht eigentlich SSL-Sickest-Shot Nummer 2 bei Livestream-Highlights besteht, zumindest der Folge 1, nur aus geilsten Schüssen. Folge 2 mache ich dann hoffentlich auch die Fail-Schüsse mit rein, die auch zu Genüge passieren, wo ich meinem Rüben einfach mal selber die 80 Damage oder so reindrücke. Mich würde es wirklich freuen, wenn ihr das wirklich ganz anschaut, es ist glaube ich das Video mit den meisten Effekten, was ich wirklich jemals in Magix geschnitten habe, wirklich mit Zoom-In, Zoom-Out, Fade-Out, Text oder anderen Sounds oder Musik. Ich habe teilweise 9 Videospuren gehabt, gerade beim Text, bei der einen Szene, fast am Ende mit dem Ja, wer es ganz gesehen hat, der weiß, was ich jetzt meine. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze anschaut und vielleicht auch den Video einen Daumen nach oben gebt, was eh der Großdeutscher macht von euch, die Standard-Zuschauer, die wirklich jedes Video schauen, die geben eh einen Daumen hoch, finde ich richtig geil von euch. Aber mich würde es wirklich freuen, ich habe ja auch am Anfang die geilsten Schüsse eingeblendet, weil viele suchen auch für den Big Boomerang oder den Sniper-Schuss, habe ich eingeblendet, es sind die 2 Minuten, der dritte kommt noch dazu, da weiß ich aber gerade nicht, was es war. Für jeden Fall, ich würde mich nicht so lange auf die Folter spannen, die Folge 28 ist eh schon lang genug, wir haben 3 Spiele gemacht, 2 Deathmatches, 1 Assassin, äh Folge 80 meine ich natürlich. Und dann würde ich mich schon mal bedanken, ähm, genau, und sage schon mal viel Spaß mit der Folge und, ja, viel Spaß mit der Folge und wir sehen uns dann im nächsten Video. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 80 von Shellshock Life und das ist eigentlich ne Premiere, kann man schon fast sagen, weil Folge Nummer 80 wird nicht mehr, zumindest mal als Test jetzt, mit Shadowplay aufgenommen, also quasi GeForce Experience Tools, sondern mit OBS. Das ist dann aber, äh, Pech. Also, Moment, es ist dann nicht Pech, dass es leckt, sondern dann weiß ich wirklich nicht an, was es liegt, weil ich kann, machen wir hier mal plus 5 oder plus 4, weil ihr müsst es so sehen, Folge 80, jetzt OBS, davor 79 Folgen Shadowplay. Shadowplay nehme ich ganz normal auf, mache nichts weiter, drücke ich F9. Ich habe jetzt nämlich zum Beispiel auch keinen Button, das ich, wo ich sehe, das ich aufnehme. Ich müsste quasi raustaben, außer ich mag es auf den zweiten Bildschirm, aber ist ja egal. Auf jeden Fall muss ich die Shadowplay-Dateien extra nochmal durch den MP3-Converter laufen lassen. Boah, das wird ein Sniper-Ding, ne? Durch den MP3-Converter laufen lassen, dass ich quasi die Tonspur vom Video, also quasi ich schieße, ich wähle die Waffen aus, ich sammle was ein oder ich habe den Bildschirm vom Menü. Wird bloß eins sein, ne? Oder sonstiges. Das rendert er, also muss rendern er, das wird quasi extra Datei, scheiß quasi, ich habe im Endeffekt drei Dateien. Mein Audacity, das war gut, das waren 120. Mein Audacity, also das, was ich labere, der Ingame-Sound und die Videospur. Ich müsste diesen Schritt nicht machen, aber sonst habe ich dieses, ja, dieses Piepsen drin. Weil wenn ich das nicht machen würde, hätte ich von Magix, ja, das ist wirklich von Magix, oder vielleicht auch ein Shadowplay, deswegen weiß ich das nicht, hätte ich so extreme, hochfrequente Töne, ich habe das schon mal versucht zu erklären, aber da kam es mir, glaube ich, nicht so gut rüber, wirklich hochfrequente Töne, die richtig auf den Sack gehen. Das sind alle weniger als eine Sekunde, mal ist eine längere Pause, mal ist eine kürzere Pause, und ich weiß dann nicht, was es liegt. Dementsprechend habe ich jetzt mal versucht, Magix zu probieren, sollte eigentlich auch funktionieren, der trifft wenigstens, der hat Richtigkeit eingeschlagen. Mit dabei sind übrigens der Baller von der Community, also von meiner FL, und ich hoffe eben, dass ich das in OBS nicht machen muss. Sprich, ich werde dann diese Folge mal normal rendern, ohne dass ich die Audiospur mir extra hole, also mit dem Programm, und dann werde ich das mal so machen, mit dem Programm. Wenn ich natürlich jetzt beim Rendern, also in der fertigen Datei merke, ja, Mage habe ich auch, wenn ich jetzt in der fertigen Datei merke, okay, dass die Piepsen auch drin, dann liegt es weder an OBS noch an Shadowplay, also wenn ich diese hochfrequenten Töne drin habe, dann liegt es nämlich eiskalt an Magix, an Rendereinstellungen. Also falls jemand sich mit Magix auskennt, danke fürs freundliche Feier schonmal. Äh, mein Ding trifft, neaaah, ein Abbra... What the fuck? Wann ist jetzt stress? Übrigens spielen wir ein Deathmatch, weil die, die, ich kann euch nicht wiederbieten, was eine hochfrequente Töne hat. Das, das, das ist für mich auch scheiße, das stört wie Sau. Okay, ich glaube, wir beschenken dementsprechend, aber komm, weißt du was? Hashtag YOLO. Wir machen uns ja keinen Stress damit. Ah, ich spiele eine 400 HP. Oh. Ähm, und ich hoffe jetzt einfach, dass es mit OBS funktioniert. Ich habe jetzt OBS so weit eingestellt. Vielleicht, was der lag gerade an OBS, ich kann mal gucken, ob ich dann... Scheiße, ich habe genau drauf geschossen. Das hätte ich nämlich trotzdem getroffen. Ich hoffe, ich schieße drüber. Ja, ich treffe ihn trotzdem. Ich muss jetzt was mal flamen. Bitsch. Es, nicht alles wird vom Schild gehalten. Den Pussy, das sollte man aber langsam mal wissen. Mit Level 75. Mh, ne. Ja, ja, das schaut er ganz blöd. Für alle, die die Folge dann auf YouTube sehen. Wahrscheinlich der Großteil von euch, weil der Großteil schaut SSL nun mal. Ja. Das bringt nichts. Rünger geht durch, Erdbeben geht durch. Jetzt weiß ich nicht, was ich schießen soll, weil die Pussy immer noch so entschützt hat. Dementsprechend sage ich mal Waterworks. Müsste aber ein ganz Bräu haben. Ich kann euch mal zeigen, wenn ich den Schuss abgegeben will, wie das jetzt in OBS ausschaut. Ich könnte quasi auch im OBS-Fenster spüren, weil das ist eine 1 zu 1 Übertragung. Ohne Delay. Ja, Division, Rünger, alles kann da durchgehen. Ich kann es jetzt mal zeigen. Ihr seht hier das OBS. Ihr seht es aber nicht, das ist bloß das Game, ne. Das ist natürlich jetzt ganz blöd, weil ich dachte, ich nehme jetzt Shadowplay auf mit der Desktop-Fassung. Jetzt leckt es natürlich gerade, weil ich gerade rausgetappt bin. Ihr seht das natürlich nicht, das tut mir gerade voll leid. Aber ich habe selber nicht gedacht, bei Shadowplay, nehme den Desktop mit auf, wenn es zulässt, die Desktop-Fassung. Jetzt leckt es natürlich gerade, aber jetzt wisst ihr, woran es liegt. Es liegt am Raustappen. Ich habe die Bitrate einfach mal auf 30.000 gestellt. Sollte es Sinn machen. Weil ich habe es immer auf 1.000 gehabt. Das war aber für Streaming gedacht. Mit 1.000 aufzunehmen, bringt halt mal gar nichts. Wo, wenn es Ben Thelen zahlt, ist das Server. Okay, dann passt das auch. Die Lacks sind jetzt weg. Jetzt passt's. Ich habe mich überlegt, runterzufangen, das ist Mage of... Na, das ist scheiße. Aber weißt du was, YOLO-Friendly Fire. Weil ich treffe nämlich Chicken Hurl. Weißt du was? Scheiß drauf, ich will es abgeräuten. Es leckt jetzt natürlich hier da oben, das tut mir leid. Ne, aber also, ich habe mal überlegt, das Video zu machen über die... Ich hätte es jetzt nicht an Magix Problematik, bloß ob es an Magix liegt. Ob es an Magix liegt, weiß ich ja nicht. Wenn jemand sich damit auskennt, warum ich solche Dinger drin habe, würde ich Bescheid sagen. Oder schreiben. Das würde mir sehr viel weiterhelfen. Weil Shadowplay ist doch recht geil, wenn du auf dem drückst F9. Gut, das ist es bei UBS auch kein Problem. Symmetrie auch F9, wenn ich es gebeindet habe. Weil ich habe jetzt, wenn ich jetzt auch auf F9 Stelle OBS, dann habe ich ja quasi doppelte Aufnahme. Sprich doppelte Auslastung. Weil Codieren durch trotzdem über die GPU-Beams zu rieben, habe ich ja gesagt. Ehe und Scheiß, ich komme hier nicht weg. Das ist gerade richtig behindert. Fah! Jawohl. Sinkhole. Python. Ich will dieses Mage halt treffen, das sind halt mal über 100. Das sind halt echt über 100 eigentlich. Was ist denn, wenn ich das Ding benutze, ne? Ich habe jetzt 10 und bin ich auch auf Level 2. Jungs, was bringt denn euch das? Deswegen spiele ich kein Deathmatch. Also, ich habe ja nicht gesagt, wer im Stream oder so dabei ist, oder wenn ich mal Offscreen, nennen wir es, also ich nenne es privat, ich nenne es mal Offscreen. Scheiße, Florian, das tut mir leid. Du kriegst gerade hart aufs Maul von mir, das tut mir echt leid. Gut, so hart war es, glaube ich, gar nicht. Ähm, der weiß, dass ich only rüber und spiele wegen Laserbeam. Mir fehlen jetzt noch 46.000 XP zum Laserbeam. Ist jetzt nicht die Welt, wenn ich nur rüber und spiele. Bloß, ich habe jetzt gesagt, in den Folgen und dem Stream, spielen wir mal wirklich lieber nur, ähm... Ach, was heißt nur, spielen wir halt Deathmatch, Assassin und... Na gut, heute kam eine Folge Points. Das ist halt nicht so langweilig wird, weil ich meine, Rebound finde ich jetzt natürlich geil für mein Verhältnis, weil ich es gut damit upleveln kann. Aber ich meine, für euch ist das eventuell... Ich glaube, das ist ja recht langweilig, das durchgehen zu sehen. Deswegen spiele ich Offscreen halt sehr viel Rebound, eben wie ich am leveln. Ich habe ehrlich gesagt vor, dass Folge 90, also 10 Folgen noch, Upgrade Laserbeam ist. Habe ich vor, das sage ich euch jetzt schon mal. Also wenn ich es schaffe, weil zum Beispiel, ich nehme die Folge jetzt am... Ich habe einen Kill, geil. Ich nehme die Folge jetzt zum Beispiel an einem Freitagnacht... An einem Freitagnacht... An einer... Wie sagt man das? An... Ich nehme sie einfach Freitagnachts auf. Punkt. Und ich bin das Wochenende halt... Eigentlich nicht daheim. Ich bin zwar daheim, aber... Am Samstagabend kommt eventuell das Stream. Also ihr seht die Folge am Dienstag, deswegen kam vor vier Tagen das Stream. Vor drei Tagen kam das Stream, oder? Ja, vor drei Tagen kam das Stream. Ähm... Das ist Meteorins 3, kann das sein, ne? Ähm... Weil ich einfach nicht daheim bin, aber... Wer das... Weiß, an was das liegt. Ich sehe es ja spätestens beim Rennen dann. Ich nehme jetzt nur eine Folge auf, weil es... Eigentlich habe ich ja versprochen, es kommt ein Update, aber es kommt nicht das Update. Aus diesem Grund. Ähm... Sollte funktionieren, ehrlich gesagt. Er ist eh da, wenn die Bies gut treffen. Egal. Ich werde sehen, was rauskommt. Ähm... Mal OBS aufnehmen ist doch... Ich weiß nicht, wie soll ich sagen, Chili... Nein, eigentlich ist es... Der gleiche Aufwand. Oh ja, 25 noch reinkaut, das war vielleicht nicht mal so schlecht. Gibt wieder ein bisschen was für ein Jiver, auch für Rocker-Upgrade. Die Folge bestehen also nur, wenn sie überhaupt kommt. Und ich gehe aber schon davon aus, dass sie kommt, weil... Okay, ihr seht, 20K dafür noch und dann 27K... Äh, 47K insgesamt. Wahrscheinlich ein Sniper getroffen. Oh ja. Also ich glaube schon, dass sie vollkommt, wenn sie laggt. Oh, shit. Oh, shit. Give me mal zwei. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ich meine, wenn ich halt nicht perfekt treffe, ne... Dann habe ich halt Pyrodex ist ausgewählt, mal zwei, wird durchgezielt. Probieren. Das war zu weit, ne? Oh, scheiße. Jetzt kommt alles wieder. Jawohl. Jawohl. Nettes Portal. Nein! Ja, aber ich muss immer denken, trotz mal zwei. Und nicht getroffen. 270. Ja. Ah, guck, der Olympic Skid kam. Wie in der Folge am Sonntag. Hatt ich gerade einen Unreal Shot. War es gerade ein Unreal Shot? Warte mal, ich könnte, ich könnte ja... Ach, schweinen wollte ich, aber ich dachte noch gar nicht. Ich wollte eigentlich noch Cosmic Rifter Dead oder M4 auf Distanz. Weil M4 auf M16 wird auch nicht die Welt sein. Ey, wir machen das mal treu in für einen handwerksguten Winkel. Oh, das war Sonic Puls. Wer hat denn schon Sonic Puls, ey? Ich habe das Ding noch nicht einmal auf einem Viertel. Oh, der ist schon fast... Oh, der ist fast schon weniger Hälfte. Weniger als Hälfte. Kobra. Alter Schwede. Kobra, Cosmic Rift auf beide. Ah, jetzt nimmer. Ah. Obwohl doch, das könnte funktionieren. Ich könnte auf jeden Fall Ivan mitnehmen. Also ich gehe auf Florian. Und ich könnte Ivan echt mitnehmen. Oder ich gehe auf einen anderen, keine Ahnung. Ich habe heute einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe heute auf den Tisch gekaut. Weil ich mit Matze wieder ein wenig CS gezockt habe. Also eins gegen eins auch. Aber ich so hatte auf... Ich habe Ivan gedruckt. Oh, what the fuck. Was, 176? Habe ich doch beide mitgenommen? What the fuck. Aber ich so hatte auf den Tisch gekaut, dass ich mein Mikrofon aus der Halterung gekaut habe. Hat es natürlich dann so weit aus dem... Ich habe mal Black Hole. Hat es dann so weit aus dem Boden gekaut. Ja, hat es dann so was, der halt auch nicht gekaut, dass er auf den Boden gefallen ist. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass irgendwas mit der... irgendwas, was da doch immer verbaut ist, kaputt ist. Weil das wäre richtig scheiße. Ähm. Aber ich glaube nicht. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass da mit irgendwas ist. Kann sein, dass es drüber geht. Aber wenn es trifft, ist er down. Gut, es trifft er erst down. Ähm. Nebenbei gibt es noch zu sagen, dass ich ja Errungenschaft-Farmer bin in SSL. Und deswegen wird die nächste Errungenschaft sein. 250 Assassin-Kills. Damit zusammenhängen dann natürlich auch... 2500 Kills insgesamt. Und 5000 Spiele. Wird natürlich alles noch ewig dauern, weiß ich. Warte mal. M4 kann ja durchschießen, ne? Da hin. Na da hin. YOLO. Ähm. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Na genau, mit der Errungenschaft... Ja, wohl. 24 auf mega long range. Easy game. Scavenger trifft mich nicht so brutal. Oder vielleicht doch ziemlich. Weil ich habe auf jeden Fall... Oh, okay. Es war doch ziemlich. Und gut, es war nur 80. Ich muss auf jeden Fall noch die Cobra raushauen. Oder den Skeet. Weil ich habe Olympic-Skeet noch nie benutzt. Können jetzt eine YOLO-Runde machen. Natürlich bei DeadRaisersafe. Aber ich mache mal eine Olympic-Ski. Ja, mit der Errungenschaften wollte ich sagen. Ähm. Und die 250 Assassin-Kills hängen natürlich... Zusammen. Mit die 2500 Gesamt-Kills. Sag jetzt nicht, Olympic-Ski ist einfach bloß scheiße farbig. Sag jetzt nicht, Olympic-Ski ist einfach nur farbig. Ist ja ein Witz, ey. Weil ich habe jetzt natürlich jetzt schon 60 Assassin-Kills oder so. Ich brauche jetzt natürlich noch 190, aber ich brauche auch nur noch... Was heißt nur noch? Ich habe jetzt knapp... Ich habe 1400 oder 1300. Ähm. Kills brauche ich insgesamt. Wenn ich natürlich dann schon 200 oder so über einen Assassin habe, dann brauche ich bloß noch 1000. Ich habe jetzt schon wieder 2 in der Folge. Also... Kann auch sein, dass ich mal einen Livestream mache, der only... Assassin ist. Dass ich halt da zum Beispiel... In zweieinhalb Stunden könnte ich mir schon vorstellen, dass ich 30 Kills raushau. 30, 40 Kills. Natürlich dann nicht auf 600 AP oder so. So ein Schmarr. Natürlich wieder. Jetzt muss ich ja mal kurz raustappen. Vielleicht geht noch irgendwas. Aber ich kann euch sagen, dass... Dadurch, dass jetzt zweimal hintereinander GTA kam. Was ja auch nicht der Plan war. Aber es geht dann anders. Schaut es mal kurz. 16 Minuten vorgekommen. Dann machen wir noch ein... Äh... Assassin. Wenn wir schon gerade drüber reden. Aber nur mit 200 HP. Mit All Weapon. Werde man schon sehen, was rauskommt. Ich meine, ich und Florian haben den Nuke. Wenn Florian nicht auf mich geht, dann passt mir die Kabel schon mal. Ähm. Genau. Und das... Assassin hängt eben... Ich kann es mal kurz zeigen, wie ich es dir annehmen. Wenn du schon guckst, davon... Spielen der Filme noch 3800. Ich meine, ich kriege mal einen Flatner. Da habe ich aber schon auf Stufe 2. Und von... Gut. Stimmt, Attempt Missions. Wollte ich eigentlich auch noch machen. Ja, easy. Ja, easy game, ey. Steht direkt neben mir. Steht da direkt neben mir. Können wir mal direkt mit Moons. Ich sehe, ob er direkt neben mir weiß. Und steht halt direkt so. Passt. Ich glaube, ich fange echt mal an mit einem Dark Shadow. Ich habe mega gute Items. Ich glaube, Patrick geht mal auf mich. Scheiße, ey. Ich muss den direkt killen. Ich muss mit der Diamond Blade anfangen. Ja. Geht halt auf mich. Ich habe nämlich keinen Grid bekommen. Heißt, ich muss mich vor den stellen. Weil Patrick geht auf mich. Jetzt die Frage... Ich gehe erstmal safe. Hau du ruhig ab. Das Gute ist, wenn ich mich jetzt da rein stelle. Dann treffe ich ja trotzdem... Flasche oder so. Wespen können... Alter, stimmt. Wespen. Wir probieren mal Wespen. Weil ich könnte zum Beispiel jetzt wieder ein Assassin Kill werden. Wenn natürlich Patrick recht schnell drauf geht, kann ich sogar zwei machen. Das ist immer so eine... Also ich muss bei Assassin wirklich auf die Konkurrenz hoffen. Ja, das trifft perfekt. 30. Ich komme wenigstens 100. Ich kriege 70 mit was auch immer. Wer geht denn auf Patrick, Alter? Keine Sau. Ja, ähm... Ich habe jetzt mit Darkshadow wahrscheinlich durchfahren. Guck mal, guck mal. Das finde ich vom Spiel eine Frechheit. Ich sage es wirklich wie es ist. Eine Frechheit. Ich weiß nicht warum. Die bewegen sich alle noch nach einer Sekunde. Und bei mir... Zack. Bleibt da stehen. Das ist so eine Wichse, ne? Ohne Scheiße. Das sage ich so bis jetzt. Das ist einfach eine Verarsche. Alter, niemand. Ich muss mich verarschen. Oh Gott, ey. Jawohl. Ja, null Damage. Das ist eine Verarsche von dem Spiel. Ich sage es wie es ist. Wenn ich jetzt erst einmal das Schild, weil ich zehn Stück davon habe. Wenn ich mich jetzt move only, zack, eins, ich bleibe stehen. Habt ihr gerade gesehen. Hoffentlich. Hoffentlich. Mein Schild ist halt voll pussig. Auf der Wert noch 150. Ich meine, ich kann den natürlich jetzt auch killen. Das ist einfach nur eine Verarsche von dem Spiel. Ich weiß, das Spiel ist noch Early Access. Ist noch nicht draußen. Wenn ich drüber stehe, dann habe ich eh verkackt. Nein, ich treffe auf jeden Fall perfekt. Wohin ist einfach zerfleisch ihn. Gut, 58 ist gar nichts vom Puzzler. Ja, 58 waren es nicht rumheulen jetzt da. Aber ich merke schon, weil ich bin salzig. Grund dürfte klar sein. Weil dieses Spiel mich verarscht. Ich verstehe nicht, warum. Warum man das machen muss, verstehe ich nicht. Oder warum der Delay vom Server, wie auch immer man das nennen will, so behindert ist. Oder die Ping oder die... Gut, Ping ist die Antwortzeit. Oder was auch immer. Wir haben hier Freitagnacht. Ich rede mich hier schon wieder auf. Wenn die Nachbarn kommen, habe ich ein Problem. Habt ihr jetzt ein Grid? Wie soll ich denn das Spiel auch gewinnen? Jetzt mal echt. Ich habe ihn gerade zwar voll getroffen, aber ich habe noch keinen Grid gesetzt in dem ganzen Spiel. AC-130. Was bringt es mir? Nix. Ich muss einen perfekten Flasher jetzt raus. Jetzt hau mal ab da, du scheiß Leiche. Mein 50 ist halt schon safe machbar eigentlich. Wenn ich auf dem Winkel bleibe, ich wurde ja nicht runtergebaut. Dann macht man Minus. 5, weil ich fliege ja weiter. Ich würde sogar Minus 7 machen. Okay, vielleicht doch 6. Na doch 7. Ach komm. Eigentlich habe ich eh schon verloren. Ich habe mit dem Gelb eigentlich schon, ja wenigstens den Kill noch. Jetzt müsste ich ja eigentlich, wenn ich nicht den da unten bekomme. Mal gucken, ich kriege Florian. Das ist gut. 12 Damage haben wir mit dem Erdbeben. Bitte gib mir mega. Wir haben... Alter, willst du mich verarschen? Nicht, weil das Erdbeben reicht. Ja, am Arsch ey. Static würde aber reichen. Und so kriegt man eigentlich Assassin's Kill. Einfach nur auf die Leute gehen, die low sind. Sorry Florian, aber... Das war dann der. Ich lebe ja noch. Die Spider. Wenn die Spider auf mich geht, bis jetzt hat sie noch nie getroffen, hat sie auch noch nie. Das gibt mir nicht Ivan, weil Ivan Quintus gimme. Es gimme. Ivan Quintus gimme, ey. Wie fährt denn er noch? Ich sehe es nicht. Na, geil Bier, ey. Also spätestens jetzt kann ich es immer gewinnen, weil ich einfach nur noch 80 HP habe. Also ich kann es schon noch gewinnen. Durch Inkompetenz der Gegner. So ist es, ne? Ich meine, mit Moons so voll durch, ne? Ich brauche halt Orbitals dafür. Aber ist das, wir machen es einfach. Der Erste zerstört ja die anderen. Was? Was? Der hat ja gar nichts mehr. Ey, GG, Ivan. Habe ich drei Assassin Kills gerade gemacht? Wut der fuck, Alter. Na, Ivan. Auf Ivan ist aber auch keiner gegangen. Ihr seht, ich habe fast 190 KXP. Da habe ich auch nicht öfter einmal nachgefragt. So, passen wir, wenn wir keinen abgerollt. Also, dann finden wir kurz davor, nächster Livestream Samstag. Also, vor drei Tagen. Wärme, Sam. Hammers. Da geht es raus aus der Lobby. Ich mache jetzt auch heute keins mehr. Ihr seht, Global Rank. Ich war mal unter 900. Bin ich jetzt bitte so hart gefallen? Wir drehen jetzt erstmal im Glücksrad. Ihr seht, 23.09. Heute ist ja 23.09. Wenn ihr nachts um, kann ich glaube kurz noch zwölf. Uh, shit. Kurz noch zwölf, halb eins. Ja, halb eins. Ähm, ihr seht hier, habt ihr das gerade gesehen. Noch 5, 5 XP bis 190 K. Und wir haben unter 700 K für Level 100 noch. Naja, ich sehe, es geht voran. Hier nochmal den Fortschritt kurz. 46 K. Ich werde wahrscheinlich jetzt nichts mehr machen. Aber ich werde wahrscheinlich auch das Wochenende, außer am Livestream, vielleicht kommen wir unter 15 K für das nächste Level. Oder unter 40 K für ein Laserbeam. Mal gucken, weil ich will im Livestream auch nicht Only Rebound spielen, weil ich, wenn halt drauf geh, es dauert manchmal so unendlich lang. Beim Deathmatch dauert es nicht ganz so lang. Was ich noch zeigen wollte, ach genau, die ganzen Errungenschaften. Weil die Folge hat ein bisschen länger, aber ist ja mal egal. 5000 Runden gewinnen. Gut, das schafft man sowieso so schnell nicht. Mission Attempten. Ich weiß nicht, ob ich in die Mission reingehen kann. Mach einen Schuss. Mach direkt einen Rüster. Ich meine, ich müsste dann 770 mal einen Schuss abgeben und Rüsteren. Aber ich meine, das könnte man vielleicht, es sind nur 200 XP, aber wenigstens, dass ich die Errungenschaft habe. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Hier, da sieht man es auch noch mal. Chopper, meine Melonen XP. Ich habe jetzt noch nicht einmal 20% davon. Und da sehe ich das auch. Von 2500 Kills, habe ich fast die Hälfte jetzt. Ich meine, Skullshot, habe ich schon mal probiert, habe ich schon ein paar Mal getroffen, aber ich weiß nicht genau, was es macht. Aber ich meine, die 1000 XP, die nehme ich mit. Ich meine, im Laufe des Spiels, wenn ich wirklich jetzt dann Livestreams mache, du kannst echt sagen, dass wir pro Livestream in fast 3 Stunden können wir eigentlich save. 50 will ich nicht sagen, weil sonst wären wir recht schnell durch. Kann ich mir auch was ausreden, wenn wir 50 machen. Etwa 100 in zwei Livestreams. 1250 brauchen wir noch. Ja, das wären dann quasi so 25 Streams, wenn ich mir jetzt total verrechnet habe. 50 kann ich nicht sagen, das haben wir so 20 Kills, 10, 20 Kills, gehen auf jeden Fall rein. Dann waren wir bei, aus dessen Runden gewinnen, hängt ja quasi fast damit zusammen, die Kills. Ich meine, die 500 XP nehmen wir auch mit. Habe ich 63 von 250, da fehlen jetzt halt noch, wie ich vorhin gesagt habe, nicht ganz 200. Ich meine, die 200 Kills von da hängen halt auch saugut mit, äh, wo war es jetzt gestanden? Dem da zusammen, denn wären wir schon bei 1500. Es kann mal sein, dass wirklich ein Livestream-Only-Assassin wird. Also, und die anderen mit Point-Runden, äh, Juggernaut-Runden, das gibt halt nur 150 XP, eigentlich will ich es nicht machen. Wenn, dann mache ich Points, 10 Runden, 1 gegen 1. Wirklich ganz schnell, einfach nur aufeinander schießen und ich muss halt hoffen, dass ich gewinnen. Aber ich, das mache ich doch jetzt nicht 75 Mal noch. Boah, bei Assassin hängt es wieder mit der Rungenschaft zusammen, da könnte ich, wenn ich die ganzen Tank-Hills habe, kann ich bei 30, 40 sein, vielleicht auch bei 50. Das ist dann recht easy und da unten die ganzen Bumper-Skill-Schutz, das spielt ja lang genug und habt sehr automatisch. Übrigens im Clan, ich habe angeblich, mir wurde geschrieben, ich habe sau viele Anfragen. Ja, Jungs, ne? Ja, gut, gut, ähm, ja, mir ist gerade was eingefallen, ich werde wahrscheinlich ganz am Anfang noch einen Text reinbauen, bevor die Folge wirklich losgeht, weil mir ist gerade noch was eingefallen. Deswegen, ähm, ja, nehme ich auf jeden Fall alle an, wer sieht Aroxene, nehme ich auf jeden Fall gleich nach der Aufnahme und wir können noch kurz den Puzzler schauen, wir wissen ja, wo er steht, da, die Sieber, 200, ist ein Rebound, nicht mehr. Hammer safe. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und was ich eigentlich am Anfang noch mit reinschneiden wollte, war, ich hoffe, ich habe mir die Livestream-Highlights gefallen, das war wirklich, das war ein Video, das hätte ich mir ein sickes Shot schon machen sollen, ich habe es erst beim Livestream-Highlights gemacht, weil ich habe mich jetzt mit Magic auseinandergesetzt mit Effekten und Bildbearbeitung und zoomen und zoom in, zoom out oder fade out, wie es so schön heißt am Ende. Ich hoffe, ihr habt es gefallen, ich hoffe, ihr habt es ganz geschaut, die Viertelstunde am Anfang ist noch nicht so viel geiler Schöss, sondern ich habe am Anfang wirklich die Minuten eingeblendet, die ihr euch bitte geben müsst. Und deswegen, es hat, ich erinnere mich nicht, es hat nicht so lange gedauert, das Bearbeiten, allein die Szenen rauszuschneiden aus den Livestreams, das zu bearbeiten, das hat mich drei Stunden auf jeden Fall gekostet. Ich meine, ich hatte die Szenen recht gut da, aber ich habe mir die Minuten aufgeschrieben, das zu schneiden, das zu rendern und den Effekt und dann hat es nicht funktioniert. Natürlich, ich habe das noch nie gemacht. Deswegen hoffe ich, ich habe es wirklich gefallen, besonders den Bumerang-Schuss, das hat mich enorm viel Zeit gekostet, das so rein zu zoomen mit der Musik, dass es teilt, bei der Musik, beim dritten, beim 0,25 Geschwindigkeit, das stimmt mit der Musik über. Und das war nicht einfach, das auch wirklich auf die 100. Linz zu bekommen, 100. oder 10. Ich weiß nicht, wie das in Musik, oder ich weiß nicht, wie genau das war, wie ein Farbesinn bekommen. Deswegen hoffe ich, euch hat es gefallen und ihr seht dann morgen am Mittwoch, die Folge, die ich dann am Montag erst aufnehmen, weil ich davor komme ich echt nicht dazu, außer im Livestream halt. Außer es kommt im Livestream, dann mache ich da noch eine Folge, die ich dann rausschneide einfach aus dem Livestream, deswegen dann nur 720p. Auf jeden Fall bedanke ich jetzt fürs Zuschauen und ihr seht dann morgen hoffentlich das Update, wenn es, doch ich sehe auf jeden Fall das Update, ob es vom Livestream rausgeschnitten ist oder nicht, werdet man dann sehen und dann bedanke ich fürs Zuschauen von Folge 80. Ich hoffe natürlich, dass die Folge mit OBS recht gut hingekaut hat, sehen. Wenn es ja verpixelt ist, dann wisst ihr warum, ich habe es am Anfang erklärt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Bis dann sind wir bei weit über 190.000 XP wegen Livestream. Bis dahin, haut rein.